So, die Heike weiß nichts. Jetzt gibt es eine Überraschung. So, Timo, was machen wir hier? Was passiert jetzt? Also, jetzt in, ich glaube, zwei bis drei Minuten geht es los. Ein großer Umzug von der Grundschule mit ganz vielen Kindern zur Bäckerei Zitwulf. Und dann gibt es die offizielle Verabschiedung, weil uns die Bäckerei ja Sonntag leider nicht mehr zur Verfügung stellt. Uns ganz toll unterstützt hat die letzten Jahre. Immer wieder was gesponsert und gespendet hat. Und wir jetzt natürlich alle total traurig sind. Aber uns auch freuen mit den zwei, dass jetzt ihren Ruhestand geliehen können. Wir machen jetzt einen Umzug durch Ringlinge, Hauptstraße entlang. Und dann gibt es eine riesige Überraschung für die Heike Zitwulf zum Abschied für ihre, wie soll ich sagen, für ein letzter Tag der Bäckerei. Es gibt eine Überraschung. So, wenn es Heike Blumen mitgebracht hat, aber es sind nicht nur diese zwei Sträuse, es sind insgesamt ca. 200 Blumen, schätze ich mal. Die wird bestimmt gespannt sein, die Heike. Jeder, so wie er es verdient. Die wird gucken, die wird gucken. Hallo Heike, extra für dich eingeprobt. Ja, die Haare lang einstudiert. Heike, das ist jetzt für dich die Ramba-Samba-Gruppe von der Grundschule Ringlinge. Wir bedanken uns bei dir für alles, was du für die Grundschule und für den Förderverein gemacht hast. Wir sagen heute Dankeschön mit Samba-Räge. Wir sagen heute Dankeschön mit Samba-Räge. Ja, ich bin glücklich. Ja, ich bin glücklich, ja. Oh, ne! Hallo! Du kannst gleich alles einbauen. Oh, jetzt ist aber ein Singlar. Oh Gott, ich habe noch nie so gut. Ich wollte eigentlich viel mehr machen, aber mit alle Blumenlader-Lehrgaben. Wahnsinn! Ich glaube, du brauchst jemanden, der die Blumen hält, oder? Ähm, was du? Oh ja, ich bin doch froh, ich weiß nicht. Ciao! We're the kids. We're the kids. We're the kids. Und again you will join us. But guys, die im cielo und zumcel shalt'r. Vielen Dank.